Willkommen zurück Wir haben uns hier relativ nah am unteren Flugfeld wiedergefunden zumindest ich und Desperado und versuchen jetzt erstmal den Runen wiederzufinden um sich dann erneut auszurüsten, um dann zu sterben Das heißt mich wiederfinden, ich weiß ja wo ihr seid Kommen wir zu euch Wir müssen lange genug überleben Ja Das könnte ja schon ein Problem werden auf dem Server Gut Eine 3er oder 4er Gruppe ist oben bei der Militärzeit Ja dann dürfte ja unten ja keiner mehr sein Das war echt Das war Das war Normalerweise hätte 1 oder 2 im Laden sein müssen Normalerweise hätte 1 oder 2 im Laden sein müssen und ich bin der Scope zumindest draußen Super ey Da haut mich einmal, ich bin am looten Ich kich die Krise Ich bin hier ganz oben Was Hatte ich endlich mal wieder Farbe im Spiel Stirb Also ist das jetzt nicht der Ernst? Es kommt hier auch noch ein Zombie hoch Was die Leiter oder was? Ja natürlich, die klettern auch Leitern hoch Ja Ja er kommt die Leiter hoch Super Ich höre es Ja komm, komm hier runter Komm wieder runter Wie denn Jetzt leider wieder rumgeklettert Was heißt wie denn? Du bist durch die Treppe hochgegangen Du kannst doch deine Treppe auch wieder runter gehen Der spawnt immer oben auf der Treppe und geht runter Ach da Ach da Äh Daneben Bleib doch mal daneben Jetzt ist er tot Aber ich seh dich nicht, wo bist denn du hin? Warte ich bin Ohhhh Weil ich hier oben geschossen habe, habe ich Zombies ge... Wo bist denn du? Ich komm jetzt grad runter Straßkasten jetzt Außerhalb? Ne ich bin unten Äh Da wo die ganzen toten Zombies liegen In dem kleinen Häuschen Würde ich mal nachgucken Jetzt direkt über dir Ja komm mal, dann geh wir mal hier Die Hanger Assert Abgrasen Habt ihr in dem kleinen Häuschen geguckt In diesem Eingangs Baracken? Ne ne wir sind ja noch bei den Hangars jetzt gerade Ja da ist doch ein kleines Häuschen Ja da ne Weil da liegt ab und zu mal ein Götis Süd drin Oder eine Handfeuerrefe Aber danach ist ja Blödsinn Weil da müsst ihr ja wieder zurücklaufen Deswegen habe ich es ja jetzt gesagt Jens? Ich bin hier Ich gucke nur hier Ich habe bloß Rauchgranate drin und sowas Ich bin im ersten Hangar Ich bin im zweiten Ich folge dich Ich folge dich Oh was hier? Was hier? Was hier? Ähm 16 Lauf Baby lauf Bist du das? Ja Wo hast du denn die Waffe gefunden? Wo hast du denn die Waffe gefunden? Zack hier im Hangar links unten Achtung ich komme in den Hangar Er hat Essen dabei? Ja Ich habe ne Ziegenherde mit einer Kuh gefunden Was ne Ziegenherde mit einer Kuh Das ist auch ne Kuhherde Kuh und Ziegenherde Gemischt Gemischtpaarig So Großes Rudeltreffen Praktisch ne Kuh mit Migrationshintergrund Ja 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 Manchmal muss man ja einfach sagen wie es ist ne Das klappt grad echt nicht, was ist das für ein Scheiß Auf links Auf links kommt einer Ich habe sie ja doch echt tatsächlich aufgenommen Ich habe sie ja doch echt tatsächlich aufgenommen Was die ich denn hier sonst noch so Ja Revolver Magazin Super Ja mal weiter Ich folge Ich folge dich Aber meine M16 macht mächtigen Baderbum M16 ist sehr gut Das ist meine Lieblingswaffe Außer die Scopes Ja Ja Aber mit Visier finde ich es schöner Ich nicht Finden können bekommen Viel besser Ja Ja Bei einem vernünftigen Ego-Shooter Aber hier ist mit Visier schöner Ne Aber M16 ist auch schon leise Genauso wie die M4 Auch ohne Schalldämpfe Ist schon eine ganz gute Waffe finde ich Ich habe eine A Mk Oba Oba Habt ihr mir vor uns wärmsten empfohlen Ja Aber ich mag die AKs allgemein nicht so Einer von euch hat leider gewustet oder? Ich kann ja schon wieder Panik attacken Dass sie sich schon wieder infiziert finden Boah was sind denn die Eumel hier drinnen alter Hm mein Autoreifen Ja super Wieso Czerno Oder Äh Soll ich zu euch kommen Wieso Czerno Hinten liegt noch ne Axt Jan Ich hab ja eine Du hast noch keine Ne Ne ich hab die von uns aufgenommen Die ist meine Ich hab meine Axt drin Wenn du G drückst hast du ne Axt im Inventar? Ja Ja Komisch Ich hab sie nämlich auch Meine Zauberaxt Meine Zauberaxt Daneben 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 Ja dann laufen Ich hab noch nicht so viel Munition Daneben 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 Damit das Guild kommt Ja wenigstens das jetzt Danke Bitte Und schon ist alles grau Seid ihr gleich aufgeregt wenn ich mal hier ballre Daneben 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 Und Daneben Was haben wir denn hier Das läuft für meine Knie Aber da wird nichts rumliegen goes ne Äh Gerade hier Nicht Möglichstens für meine eine Für meine einen schönen Magazin Sehr gegönnt Da brauche ich auch ein Magazin für Ist es dunkel oder habe ich noch genug getrunken? Du hast wahrscheinlich genug getrunken Auf links draußen ist gleich einer Toll, wie viel Holz ich hier finde Holz? Gizet? Äh, Jens? Jaja, wo bist du? Immer noch da, wo du mich gerade verlassen hast Ja, hinter mir ist einer Ja, ich sehe das Wird er auch langsam, wenn ich hier reinkomme? Ne Ich treffe ihn auch nicht Aber in der Halle wird er langsam, oder? Ja Oh ja, jetzt haben wir wieder zum Müllis gepulten Kannst du mal kurz auf mich aufpassen? Ich will mich mal kurz ein Bier holen Gleich wieder da Ja, jetzt kommen wir mal Was?